Heute geht es um SVG und Angular. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Angular, beziehungsweise um Angular Version 8. Und zwar kam da ein ziemlich cooles Feature hinzu, und zwar, dass man SVG-Grafiken als Templates benutzen kann. Warum das Ganze wirklich praktisch ist und wirklich cool, werden wir uns gleich ansehen. Wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Schaut vorbei, sagt der Community Hallo, stellt eure Fragen oder helft anderen. Ja, aber wir wollen jetzt nicht mehr Zeit verlieren, deswegen legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Wie ihr hier seht, habe ich hier einen Schriftzug, ein richtig cooles Icon. Und hier halt das Icon, das SVG-Icon. Wenn ich hier drüber gehe, haben wir das etwas animiert. Und es geht heute in erster Linie nicht darum, zu verstehen, wie kann ich genau dieses Icon bauen, weil das werden wir nicht machen. Sondern es geht darum, welche Vorteile bringt es mir, SVG-Icons direkt als eigene Komponente in Angular zu benutzen. Was heißt, warum sollte man das machen und welche Features eröffne ich mir damit im Prinzip. Wie das Ganze funktioniert, werden wir jetzt machen. Als erstes, wie kommen wir an unsere SVG-Grafik. Hierzu habe ich jetzt einfach mal Illustrator geöffnet, wo ich im Vorfeld schon diese lustige SVG-Grafik erstellt habe. Hier ist nichts wirklich sonderlich viel. Ich habe einfach eine SVG-Grafik gemacht. Die nehmen wir uns jetzt über Datei und dann hier auf Exportieren und hier gehen wir auf Exportieren als. Wenn wir das Ganze starten, können wir jetzt einfach hier machen Mail.svg, also hier Dateityp SVG auswählen und hier können wir dann einfach auf Exportieren drücken. Wenn wir das Ganze exportiert haben, können wir das hier im Prinzip direkt so abspeichern. Wir können aber hier auch auf Code-Anzeigen drücken. Dann sollte sich bei euch ein Code-Editor öffnen mit einer TXT-Datei mit dem Quelltext drin. Da ich das noch nicht direkt nutzen möchte, sondern erst später, machen wir das jetzt so, dass wir das Ganze exportieren, klicken hier auf OK. Und jetzt habt ihr auf eurem Browser, also auf eurem Desktop oder wo auch immer ihr es hingespeichert habt, eine .svg-Datei eurer Grafik. Das war es auch schon, wie wir das SVG-Icon erstellen. Deswegen legen wir jetzt direkt weiter mit Angular. So los geht es mit der eigentlichen Entwicklung. Ich habe hier schon mal einiges vorbereitet. Das ist unser Ziel. Wir wollen hier, wie gesagt, dieses kleine Icon bauen und das Ganze als Komponente einbinden. Was habe ich gemacht bisher? Ich habe einmal ein normales Angular-Projekt instanziert. Das seht ihr hier an der Seite. Hier habe ich dann in der .sass-Datei, in der .sass, einiges hinzugefügt. Ein paar globale Farbvariablen, ein bisschen was zum Body und zum HTML, dass das Ganze diesen Hintergrund bekommt. Und hier an der Seite habe ich natürlich noch Box-Sizing vergeben. Was heißt, nicht sonderlich viel. Das können wir direkt wieder schließen. Hier machen wir sonst nichts mehr. Das nächste, was ich gemacht habe, ich habe eine neue Komponente erstellt. Einfach mit ng-generate-new-component und so weiter. Was heißt, hier in der Seite habe ich jetzt Icon-mail als Komponente hinzugefügt. Mit diesen vier standardgenerierten Sachen hier drin habe ich noch nichts verändert. Was heißt, das ist so, wie es von Angular, von der CLI generiert wird. Das Ganze liegt in einem Ordner namens Icon, weil später hat man auf seiner Seite ja vielleicht nicht nur ein Icon, sondern vielleicht 50, die man animieren bzw. erstellen und mit denen man interagieren möchte. Also können wir jetzt hier schön starten. Zusätzlich habe ich in der App Komponent alles rausgelöscht und hier standardmäßig unsere Icon-Mail geladen, sodass das Ganze aktuell so aussieht. Hier oben, erkennt ihr es vielleicht nicht so gut, ist der kleine Text Icon-Mail-Works. Was heißt, wir gehen jetzt hier in Icon-Mail-Works, haben jetzt hier unseren HTML-Bereich. Wir wollen jetzt SVGs laden. Theoretisch könnte ich jetzt einfach hingehen, unser SVG hier einfach mal reinziehen, zack, das Ganze einfach so kopieren, in HTML reinkopieren und wir haben hier unser funktionierendes Icon hinzugefügt. Das funktioniert, funktioniert auch gut, funktioniert ohne Probleme, kann man so machen. Seit Version 8 in Angular allerdings können wir etwas Cooleres machen. Und zwar können wir hier sagen unter Template URL in unserer Icon-Mail-Komponent.ts, können wir sagen, wir haben als Template keine HTML-Datei mehr, sondern eine SVG-Datei. Jetzt sagt er natürlich erstmal Error, weil wir hier in der Seite natürlich nur unsere HTML haben. Diese müssen wir jetzt umbenennen in eine SVG-Datei. Das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt funktioniert es wieder. Aber was hat sich jetzt geändert? Bringt mir das irgendwelche Vorteile? Grundsätzlich erstmal weniger. Es hat mehr mit der Übersichtlichkeit zu tun, dass man es so tun sollte, wenn ihr eine Datei habt, in der wirklich nur eine SVG-Grafik geladen wird, dann ist es einfach optisch schöner, sage ich mal, diese direkt hier drin zu laden. Und direkt so zu etikettieren, weil so weiß ich jetzt schon, wenn ich das hier sehe, okay, ich habe hier eine SVG-Datei. Wenn ich das öffne, weiß ich, hier ist eine SVG-Datei drin und es soll später auch nur die SVG-Datei da drin liegen. Deswegen finde ich es persönlich angenehmer, das hier so zu machen. Wie gesagt, es funktioniert auch mit der HTML-Datei so wunderbar. Aber was bringt uns das Ganze jetzt für Vorteile? Abgesehen davon, dass das Ganze einfach übersichtlicher ist, könnten wir jetzt hier drin direkt mit globalen Variablen arbeiten. Was heißt mit Binding, mit ganz normalen For- oder If-Geschichten in Angular. Was heißt, wir haben hier die ganz normalen Angular-Tools und können diese Grafik interaktiver gestalten. Ich persönlich finde es allerdings einfach nur praktisch, dass ich jetzt hingehen kann und dieses Icon überall auf der Seite copy-pasten könnte. Zack, und es ist nochmal da, ohne es anzupassen, ohne einen riesen Code irgendwo reinzuladen. Und das Schöne ist, dadurch, dass es hier als Datei zu sehen ist und wir das Ganze als Datei einbinden, haben wir hier einen Style-Bereich. Und diesen Style-Bereich kopieren wir uns jetzt komplett hier raus und löschen auch das hier einfach komplett weg, weil das brauchen wir nicht mehr für unsere Datei. Was wir allerdings brauchen, ist hier in der Seite unsere Style-Komponent, da kopiere ich nämlich jetzt unseren Style-Bereich rein und füge den mal richtig ein. Und was wir jetzt brauchen, das mache ich jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf, ist einmal das anzupassen, dass das für SAS geeignet ist. So, ich habe das Ganze jetzt angepasst, speichere das Ganze ab und wie ihr seht, funktioniert es jetzt wieder wunderbar. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen hier unsere globalen Variablen wollen wir jetzt hier nutzen. Was heißt, was bringt uns SAS, wenn wir keine globalen Variablen nutzen können? Deswegen sage ich jetzt hier Import, Klammer auf, Klammer zu, sage Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash und noch einmal Punkt, Punkt, Slash, um dann zu Styles zu gelangen. Wenn ich das Ganze jetzt lade, passiert erstmal nichts, allerdings kann ich jetzt hier Beispiel sagen, Slash, also Dollarzeichen, Prime und habe jetzt hier unsere Prime-Color hinzugefügt. Hier unten sage ich, okay, das ist nicht die Prime-Color, das ist Prime-Color Dark, speichere das Ganze ab, zack und jetzt hat das schon mal andere Farben. Dann sage ich hier, unser Hintergrund ist jetzt White, gleichzeitig sage ich, das, was dunkel ist, wird ebenfalls White und das, was hell ist, wird Second, also dunkel. Das Ganze funktioniert jetzt, wir haben hier unser Icon hinzugefügt und wir haben jetzt hier schon, wie ihr seht, relativ simpel, ohne viel anzupassen, eine SVG-Grafik erstellt, die von unseren globalen Variablen abhängt. Was heißt, wenn ihr beschließt, ein anderes Farbschema zu erstellen, passt sich euer Icon oder eure Icons, passen euch alle, passen sich wunderbar an. Wir brauchen jetzt erstmal nur ein Icon, deswegen lösche ich das hier wieder raus und was brauchen wir jetzt? Wir wollen, dass sich das Ganze wie ein Inline-Objekt verhält. Was heißt, es gibt in Angular die Möglichkeit, direkt in den eigenen SAS-Dateien von Komponenten sowas zu nutzen wie Host. Host bedeutet, dass ich direkt die Angular-Ursprungs, also die erste Variante, die erste Ebene sozusagen der Komponente anspreche und das Ganze rücke ich jetzt einmal ein, speichere das Ganze ab und habe jetzt hier ganz normal etwas erstellt. Aber das bringt uns noch nicht sonderlich viel. Wir wollen hier auch noch mehr machen. Was heißt, wenn wir hier sind und hier drüber hovern, dann wird das ganze Icon so ein bisschen, geht das so runter. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wie können wir das machen? Als erstes müssen wir unsere SVG-Grafik stylen. Hierzu sage ich jetzt einfach SVG, sage Width, sage einfach mal 2rem, Höhe sage ich auch 2rem, das ist jetzt unsere normale Icon-Größe und ihr seht, es ist jetzt winzig klein hier oben in der Ecke. Das Ganze rücke ich ein, weil das ja von SVG umfasst wird. Und was ich jetzt machen kann, die Ursprungsvariante ist jetzt hier oben in der Ecke. Wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen anpassen, gehe hier in die App-Komponent und sage jetzt hier, okay, ich möchte hier ebenfalls die Host-Variante ansprechen. Einmal mit Display-Flags, Justify-Content und Align-Items-Center, dass sich das in der Mitte befindet und Width und Height 100%, dass das Icon wirklich gleich komplett in der Mitte ist. Drücke hier auf Speichern, das Icon ist jetzt komplett in der Mitte. Das Ganze kann ich jetzt erstmal wieder zumachen hier an der Seite, das brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. und sage jetzt hier, okay, wir machen jetzt erstmal das ganze Ding ein bisschen größer, zack, speichere das Ganze ab und habe das jetzt hier einfach ein bisschen angenehmer von der Größe. Wir können jetzt hier noch eine ganze Menge machen. Das heißt, wir wollen das jetzt hier animieren, wenn wir hier mit der Maus drüber gehen. Als erstes sagen wir, okay, wenn man später drauf klicken soll, können wir Cursor-Pointer drauflegen. Jetzt hat unsere ganze Komponente einen anderen Mauszeiger, ist schon mal nicht schlecht. Was wir jetzt brauchen ist, wir wollen in dem Moment, wenn wir über unsere Komponente hovern, sagen wir und hover, zack, svg und sagen jetzt hier Punkt cls minus 2 und sage das Ganze transform, Punkt, translate, Klammer auf, Klammer zu, sage hier 0,2 rem und speichere das Ganze ab. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, seht ihr, es springt schon so ein bisschen durch die Gegend. Was heißt, unsere Klasse cls2, das ist schlicht und ergreifend einfach nur dieses weiße Papier im Hintergrund, wie ihr darauf kommt, welche Klassen ihr ansprechen müsst. In der svg-Datei sind natürlich die einzelnen Elemente hinterlegt. Was heißt, ich sehe hier das hinterste Element, also diese Kante hier oben, die so schräg hoch geht halt vom Briefumschlag, ist das erste. Das Rechteck hier ist cls2. Ihr könnt es einmal mit Try and Error einfach ausprobieren, welches Element, welches grafische Objekt ist oder ihr klickt einfach rein, sagt untersuchen und könnt dann hier einfach durchgehen und zu gucken, funktioniert das alles. Wie gesagt, ich habe das im Vorfeld schon ein bisschen rausprobiert, deswegen schreibe ich das jetzt einfach runter und sage jetzt hier, okay, wir wollen das Ganze animieren. Wie animieren wir in CSS? CSS, ziemlich simpel und sagen hier Transition, 250 Millisekunden, all, speichern das Ganze ab. In dem Moment haben wir hier eine schöne Animation, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, allerdings bewegen sich hier die restlichen Elemente noch nicht mit. Das heißt, das, was wir hier gemacht haben, brauchen wir jetzt noch zweimal, zack, zack und sagen das einmal für die Klasse 4 und einmal für die Klasse 5, äh, für die Klasse 4 und ja, das reicht eigentlich, so müssen wir das nur machen. Zack, speichern das Ganze ab. Wenn wir jetzt hier reingehen, seht ihr, es springt noch so ein bisschen, das liegt daran, weil wir das natürlich auch hier unten hinzufügen müssen und in dem Moment, wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, es wird wunderbar animiert, das sieht schon mal nicht schlecht aus und wir können es jetzt theoretisch fast überall einfach einbinden. Was heißt, das nächste, was wir machen ist, wir erstellen uns in unserer App-Komponent, wo jetzt ja nur unsere SVG-Mail drin ist, eine H2-Überschrift, sagen hier richtig cooles Icon und nehmen uns einfach unser Icon, zack, kopieren uns das und schreiben das hier rein. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Ich habe jetzt hier unser Element drin, sage jetzt hier, das Ganze bleibt jetzt mal zwei Pixel groß. Ihr könnt das natürlich anpassen, wie ihr Lust und Laune habt. In dem Moment, wo ich das jetzt eingebunden habe, brauchen wir natürlich hier in unserer App-Komponent noch ein bisschen mehr Style, sage ich mal und kopiere mir jetzt hier einfach den Style für unsere H2-Überschrift hinzu. Das ist einfach Font Size 2,5 RAM von Family Helvetica Sans Serif und das Ganze wird weiß. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir hier unser Icon und die Vorteile sind immens. Was heißt, es sieht jetzt erstmal nicht nach viel aus, aber in dem Moment, wo ich das jetzt hier einfach als Komponente verwenden kann, kann ich das theoretisch auch 20 Mal hier einbinden, überall auf der Webseite und kann das überall verwenden, es kann überall getriggert werden. Ich kann unfassbar aufwendige Animationen in Icons reinbauen mit CSS oder auch hier mit dem Video von vor einigen Wochen mit direkt Angular Animations kann ich hier auch arbeiten. Was heißt, in unserer SVG-Datei kann ich wunderbar auch mit Angular Animations, also mit den Sachen arbeiten wie diesem Add-Zeichen und dann zum Beispiel Fade-In, wenn wir eine Fade-In-Animation hinterlegt haben. Das funktioniert identisch mit dem, was wir vor zwei Wochen gemacht haben und das Ganze bietet dadurch eine Vielzahl von Möglichkeiten, einfach strukturierter zu arbeiten. Aber das Coolste-Feature ist wirklich, das Ganze über einen Service interaktiv zu machen und das werden wir jetzt noch tun. So, ich habe hier schon mal einiges vorbereitet und zwar habe ich einen Service erstellt. Den Service könnt ihr einfach über ng-generate-service und dann halt den Pfad erstellen. Ich habe ihn Icon-Service genannt und wir werden den jetzt einbinden, um mit unserem Icon oder mit allen Icons zu interagieren. Das Ganze werden wir ziemlich simpel machen, zwar sage ich jetzt hier H2 und sage jetzt hier Click und hier werden wir später ein Click-Event hinzufügen. Das Ganze habe ich jetzt abgespeichert, wie ihr seht, haben wir hier jetzt Click hinzugefügt. Das Ganze funktioniert soweit, ist jetzt nicht sonderlich schön gestaltet. Wir wollen damit jetzt unser Icon hier anpassen. Wir wollen damit zum Beispiel sagen, ob das Ganze jetzt beispielsweise hier offen oder geschlossen sein soll oder in unserem Fall wollen wir einfach nur dieses Weiße hier hinten ausblenden. Wie können wir das Ganze machen? Wir müssen das jetzt in unsere App-Komponent einbinden. Was heißt, ich gehe jetzt hier in die App-Komponent und sage jetzt hier, okay, ich will den Service benutzen, deswegen sage ich jetzt hier Konstruktor, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, Klammer zu, hier ein Leerzeichen zwischen und sage jetzt hier Public und sage hier Unterstrich, Icon-Service, Doppelpunkt und hier Icon-Service. Wird hier schon vorgeschlagen, klicke ich drauf. In dem Moment kann ich jetzt hier sagen, okay, ich möchte das Ganze importieren, habe jetzt hier Icon-Service und er sagt jetzt hier, okay, muss in Lower Camel-Case, ist doch, passt doch. Das Ganze speichere ich jetzt ab und wir können das Ganze jetzt verwenden. Was heißt, wenn ich das hier jetzt kopiere, kann ich das hier schließen und kann hier sagen, okay, bei einem Klick möchte ich gerne etwas machen und zwar möchte ich gerne in unserem Service die Variable Status ansprechen und die einmal umdrehen. Was heißt, wenn die True ist, soll sie False werden, wenn sie False ist, soll sie True werden. Deswegen kopiere ich mir jetzt hier Status, speichere das Ganze ab, gehe hier in unseren Icon-Service und sage hier Public Status ist ein Boolean und standardmäßig soll bei der Installierung Status, äh, ups, Sys Status gleich False sein. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wir wollen, dass der Service direkt bei Initialisierung unserer Angular-App gestartet wird. Was heißt, wir können jetzt hier einfach bei Providers sagen, okay, Icon-Service, zack. Das Ganze wird jetzt hier oben auch schon automatisch importiert durch Visual Studio. Das Ganze können wir jetzt hier schließen und in dem Moment können wir das jetzt hier anpassen. Was heißt, wir haben jetzt hier unsere Variable und könnten jetzt hier in unserer App-Komponent hier hinter Klammer auf, Klammer zu und sagen jetzt hier geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und sagen hier einfach, soll unser Status ausgegeben werden. Zack, speichern wir hier rein, speichern das Ganze ab, haben jetzt hier False. Ich klicke drauf, True, False. True, False. Funktioniert wunderbar. Aber was können wir jetzt weiter machen? Wir gehen jetzt in unsere SVG-Datei, das heißt hier in die Icon-Mail-Komponent und sagen hier, wir wollen hier ebenfalls den Service benutzen, das heißt Public-Unterstrich, kann ich das so machen? Ja, sagen wir einfach Status Service, sagen hier ebenfalls wieder Icon-Service soll hinzugefügt werden und können jetzt hier den ebenfalls importieren. Bam, kopieren uns das, beziehungsweise ich habe das ja schon importiert, gehen hier auf unser SVG-Element. Wie wir wissen, ist ja unser Rechteck hier oben, das Rechteck 2, das was wir machen wollen. Und hier sagen wir einfach mit ngif wollen wir hier drin etwas machen. Und zwar in unserem Fall sagen wir hier einfach, okay, wenn das Ganze True ist, soll es erzeugt werden. Ich klicke jetzt hier auf OK und es sagt, es ist gerade nicht zu sehen, weil es hier auf False ist. Ich klicke hier rein und ihr seht, das SVG-Icon passt sich an, obwohl es ganz woanders ist. Und das Schöne ist, diese Anwendung, die ich jetzt demonstriert habe, ist ja nicht wirklich hilfreich. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise das Icon noch ein paar Mal hinzufüge, dann haben wir das hier jetzt mehrfach drin und es wird überall angepasst. Das Schöne ist, wo man beispielsweise so etwas wunderbar benutzen kann, ist bei Formularen, wenn ihr beispielsweise aus einem X ein Häkchen machen wollt, dann könnt ihr das Formular über einen Service validieren. Und in dem Moment, wenn der Service sagt, okay, das Formular ist validiert, dann macht daraus bitte ein Häkchen. Und das Ganze könnt ihr dann direkt interaktiv steuern. Was heißt, eure SVG-Elemente werden dadurch sehr, sehr, sehr interaktiv und sehr, sehr praktisch. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Und sonst, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer unten in der Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Discord und so weiter. Schaut vorbei, sagt der Community Hallo oder stellt einfach eure Fragen. Ansonsten, wenn ihr diese Challenge unterstützen wollt, findet ihr dort wie immer auch Patreon und Amazon Affiliate, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.